Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 52 Im Mittelalter ist ein Parlament kein Haus und keine Institution, sondern eine Veranstaltung. Wenn es dem König beliebt, ruft er die wichtigsten Männer des Reiches zusammen, um bedeutende Angelegenheiten zu besprechen und Beschlüsse zu fassen. Meist geschieht das dann, wenn der König Geld braucht und neue Steuern genehmigt haben möchte. 1376 ist es nach einigen Jahren Pause wieder soweit. Die Peers und die Commons werden vom König zu einem Parlament geladen. Es geht als das gute Parlament in die Geschichte ein. Die königliche Familie hätte diese Bezeichnung wahrscheinlich nicht gewählt. Der zeitgenössische Chronist Thomas Walsingham beginnt seine Chronica Majora mit den Worten Zitat Sie sagten, dass sie dem König ohne sich selbst den größten Schaden zuzufügen. Denn sie waren sich einig, dass der König ohne Zweifel über ausreichende Mittel zur Verteidigung seines Reiches verfüge, wenn sein Reich vernünftig und ehrlich regiert werde. Aber solange sein Reich in den Händen unzuverlässiger Beamter sei, wie unter dem gegenwärtigen Regime, werde es niemals einen Überfluss an Vorräten oder Geld geben. Sie boten an, dies zu beweisen. Sie sagten, dass sie dem König, wenn sich nach diesem Beweis herausstellen sollte, dass er etwas brauche, nach ihren Möglichkeiten helfen würden. Während des Parlaments wurden viele Anschuldigungen gegen den Haushalt des Königs und verschiedene andere Beamte des Königs erhoben, insbesondere gegen Lord Latimer, seinen Kammerherrn, der die Kontrolle über den König hatte und einen sehr schlechten Einfluss auf ihn ausübte. Und so wurden der Duke of Lancaster, Lord Latimer und viele andere hohe Beamte des Königs von ihren Posten entfernt und andere an ihrer Stelle ernannt. Außerdem wurde auf Ersuchen der Commons beschlossen, dass bestimmte Bischöfe, Earls und andere Lords mit lobenswerten Sitten von nun an die Kontrolle über den König und das Königreich haben sollten, da der König am Rande der Senilität stand und solche Berater benötigt wurden. Zitat Ende Das sind wahrhaft deutliche Worte. Weht hier ein Hauch von Demokratie durch das 14. Jahrhundert? Die Commons begehren auf und können tatsächlich viele ihrer Forderungen durchsetzen. Allerdings nicht für lange. Das Imperium, verkörpert durch einen fuchsteufelswilden John of Gaunt, schlägt postwendend zurück. Heute geht es um Ein gutes und ein weniger gutes Parlament Edward III. ist 63 Jahre alt. Der König hat sich im Grunde genommen von einer aktiven Rolle in der Regierung verabschiedet. Er lässt seine Berater entscheiden und, skandalöserweise, seine langjährige Geliebte Alice Peres. Alice Peres ist ursprünglich eine von Königin Philippas Hofdamen. Edward III. liebt seine Frau und scheint ihr im Wesentlichen treu zu sein. Erst als Philippa chronisch krank und hinfällig wird, sieht er sich anderweitig um. Sein Blick fällt auf die junge Alice. Alice, die angeblich eine verführerische Stimme hat, wird schon bald von Edward schwanger. Wie alt sie damals ist, ist unmöglich zu sagen. Die Schätzungen liegen zwischen 15 und 21 Jahren. Alice begibt sich in die Provinz und bekommt dort einen Sohn, John of Satharae. Dann kehrt sie an den Hof zurück, wo sie mit Geschenken und Zuwendungen überhäuft wird. Fünf Jahre später stirbt Königin Philippa. Edward zieht sich vom Hof zurück. Er verbringt seine Zeit mit seinen wenigen Vertrauten. Anweisungen erteilt er über seinen Privatsekretär. Während der ersten zehn Jahre seiner Herrschaft hat der König jedes Jahr 70 bis 100 Urkunden signiert. 1370 sind es nur mehr drei. Edwards Welt ist auf sein unmittelbares Umfeld geschrumpft. Seine Ambitionen sind verflogen. Der König ist fixiert auf seine Geliebte Alice Peres. Sie wird seine wichtigste Beraterin. Die junge Frau ist bekannt dafür, gerne ein gutes Wort für den wachsenden Kreis ihrer ehrgeizigen Freunde einzulegen. Männer, die sie kennt und mag, erhalten lukrative Aufträge und gute Positionen. Sie selbst erwirbt das eine oder andere Grundstück und wird so etwas wie ein Immobilienhai. Niemand, weder Zeitgenosse noch Historiker, hat ein gutes Wort über Alice zu sagen. Man kann aber zumindest versuchen, ihre Position zu verstehen. Als sie den König kennenlernt, ist sie sehr jung. Wer der Verführer ist und wer der Verführte, lässt sich nicht klären. Aber Alice ist sicher nicht in der Lage, den alternden König zurückzuweisen. Ein Mortimer schreibt, Zitat Nachdem Alice John of Sutherford zur Welt gebracht hatte, war sie für immer eng mit Edward verbunden. Nach Philippas Tod war sie offenbar seine einzige Bettgenossin. Er brauchte sie, und wer war sie, sich dem König zu verweigern? Was konnte sie tun, als er begann, sie mit Geschenken zu überhäufen und ihr treu blieb? Hier war dieser große König, der ihr Gewänder, Juwelen, Status, Ruhm und Autorität über viele Diener verlieh. Sie stammte nicht einmal aus einer adeligen Familie. Er hatte sie als die Frau ausgewählt, die sie war, nicht aufgrund ihres Status oder ihrer politischen Verbindungen. Alice muss sich enorm geschmeichelt und privilegiert gefühlt haben, als anerkannte Gefährtin des Königs über die Ehefrauen von Rittern, Baronen und Earls erhoben worden zu sein. Normalerweise hatte eine königliche Mätresse Glück, wenn ihr erstes uneheliches Kind anerkannt wurde, bevor sie verstoßen wurde. Dass Edward ihr treu blieb, war beispiellos. Kein anderer mittelalterlicher König blieb einer einzigen Geliebten so lange verbunden wie Edward Ellis. Zitat Ende Den Höhepunkt ihrer öffentlichen Stellung erreicht Ellis im Jahr 1375, als sie mit dem König an einem Turnier in Smithfield teilnimmt. Zum Erstaunen der Londoner reitet sie als Lady of the Sun verkleidet vom Tower aus durch die Stadt. Sie zeigt der empörten Menge nur allzu deutlich, dass Edward ganz in ihrem Bann steht. Der Chronist Thomas Walsingham berichtet, Zitat Die Ritter im Parlament erhoben schwere Vorwürfe gegen eine sehr vorlaute Frau namens Alice Perres, die sich mit König Edward zu sehr angefreundet hatte. Sie warfen ihr vor allem sehr viele Skandale im Land vor, für die sie und ihre Kumpane verantwortlich waren. Denn sie hatte die für Frauen gesetzten Grenzen weit überschritten und sich, ihre Weiblichkeit und Schwäche vergessend, bei einigen Gelegenheiten neben die königlichen Richter gesetzt. Sie hatte sich nicht im Geringsten gescheut, ihren Standpunkt zu vertreten und sogar Forderungen zu stellen, die den Gesetzen zuwiderliefen. Die Folge dieser Skandale war, dass der König nicht nur im eigenen Land, sondern auch im Ausland einen sehr schlechten Ruf bekam und die Ritter verlangten, dass sie sofort von ihm weggeschickt wurde. Zitat Ende Eine Frau, die es wagt, ihren Standpunkt zu vertreten, kann natürlich nicht toleriert werden. Es ist aber andererseits wohl wahr, dass der greisenhafte König von seinen wenigen Günstlingen isoliert und ausgenutzt wird. Die allgemeine Empörung ist jedenfalls groß. Es ist zu erwarten, dass dieses Parlament für die königliche Familie eine Herausforderung werden wird, Das ist auch John of Gaunt klar. Er weiß, dass er für seinen lethargischen Vater und seinen kranken Bruder in die Bresche springen muss. Sidney Armitage Smith schreibt, Zitat Der Duke of Lancaster reagierte nie besonders sensibel auf die öffentliche Meinung. Sicher im Bewusstsein seiner eigenen Macht war er normalerweise verächtlich und gleichgültig gegenüber den Gefühlen, mit denen die Menschen ihn betrachteten. Er buhlte weder um ihre Gunst, noch fürchtete er ihre Feindseligkeit. Doch als er am St. Georgstag von Windsor nach Westminster ritt, wo das Parlament zusammentreten sollte, muss seine Unbekümmertheit bis zu einem gewissen Grad durch das vorherrschende Gefühl der Unruhe beeinflusst worden sein. Zitat Ende Das Parlament ist in zwei Kammern aufgeteilt. Die Commons, die Ritter und die Vertreter der Städte, beraten sich getrennt von den Adeligen und den Hohengeistlichen. Am 28. April versammeln sie sich alle im Palast von Westminster. Der König und der Schwarze Prinz kommen zur Eröffnungssitzung, ziehen sich aber beide bald zurück. Edward III. überlässt John of Gaunt die Aufgabe, als Leutnant des Königs das Parlament abzuhalten. Gaunt versucht, einen harten Kurs einzuschlagen. Nach der Eröffnungssitzung werden die Untertanen an ihre Pflicht erinnert. Die Position des Königreichs angesichts des anhaltenden Krieges in Frankreich zu stärken. Dem Parlament obliegt es, Steuern zu bewilligen oder zu verweigern. Damit haben die Abgeordneten das letzte Wort über die Fortführung des Krieges. Die Commons begeben sich für ihre Beratungen in den Kapitelsaal von Westminster Abbey. Die Lords und der Klerus ziehen sich in die Weiße Kammer zurück. Der Antrag des Königs wird etwa zehn Tage lang diskutiert. Das Ergebnis fällt nicht zu seinen Gunsten aus. Das Unterhaus kommt zu dem Schluss, dass Edward nicht in solchen finanziellen Schwierigkeiten stecken würde, wenn er nicht so schlecht beraten worden wäre. Im Mittelalter ist es üblich, die Schuld für Misswirtschaft den bösen Beratern des Königs zuzuschieben. Der Monarch selbst wird nur im äußersten Extremfall kritisiert. Da der König von Gott eingesetzt worden ist, kann er eigentlich keine Schuld auf sich laden. Jeder explizite Angriff auf den König ist Hochverrat. Auch im Parlament von 1376 setzt sich dieses Muster fort. Die Commons nehmen nicht den König, sondern dessen Berater ins Visier. Sie beschuldigen die Höflinge durchaus zu Recht des Betrugs und der Korruption. Die Commons wählen erstmals einen Sprecher aus ihrer Mitte. Der hat die unerfreuliche Aufgabe, ihre Beschwerden vorzutragen und dem Druck des Adels standhalten zu müssen. Die Commons treffen eine interessante Wahl. Sie bestimmen Peter de la Mar zu ihrem Sprecher. Peter de la Mar ist der Steward des Earl of March. Warum das John of Gaunt überhaupt nicht gefällt, bedarf einer kurzen Erklärung. Der Earl of March ist der junge Edmund Mortimer. Eine kleine Warnung. Wenn euch komplexe Familienverhältnisse triggern, überspringt die nächste Minute. Ansonsten bitte ich untertänigst um etwas Konzentration. Die Familie Mortimer treibt es mit der unflexiblen Namensgebung ihrer Erben auch für mittelalterliche Verhältnisse auf die Spitze. Das Familienoberhaupt heißt viele Generationen lang abwechselnd Roger oder Edmund. Dazu kommt, dass die armen Mortimers in der Regel nicht sehr alt werden. Es ist daher etwas schwierig, den Überblick zu bewahren. Es ist aber, vor allem später, noch wichtig. Der Edmund Mortimer des Jahres 1376 ist ein Urenkel des legendären Roger Mortimer, des Liebhabers von Königin Isabella. Roger Mortimer ist, wie wir wissen, viele Jahre zuvor von Edward III. hingerichtet worden. Man könnte glauben, die Familie Mortimer wäre nach so einem Skandal für ewige Zeiten ruiniert, aber weit gefehlt. Tüchtige Ritter sind rar und edlen Knaben wird irgendwann vergeben. Roger Mortimers Sohn Edmund bleibt noch weitgehend in Ungnade, stirbt aber bald. Sein Enkel, folgerichtig nun wieder ein Roger, kann sich rehabilitieren. Er erhält große Ländereien der Familie zurück. Roger wird Baron, Mitglied des Hosenbandordens und schließlich sogar, wie sein Großvater, wieder Earl of March. Dann stirbt er. Wie gesagt, die Mortimers werden nicht alt. Rogers Sohn Edmund Mortimer ist noch ein Kind, als sein Vater stirbt. Der nunmehr dritte Earl of March wird aber gut versorgt und macht eine spektakuläre Partie. Edmund Mortimer heiratet Philippa of Clarence, die Countess of Ulster. Ich hoffe, ihr seid angemessen beeindruckt, denn Philippa of Clarence ist die einzige Tochter und Erbin von Lionel of Antwerp, dem verstorbenen Duke of Clarence. Der Duke of Clarence ist der zweitälteste Sohn von König Edward III. Nach dem schwarzen Prinzen und dessen Söhnen ist er der nächste in der englischen Thronfolge. Dieser Anspruch geht mit seinem Sohn auf die männlichen Nachkommen seiner Tochter Philippa über. Philippa heiratet also, wie gesagt, und wie ich finde, überraschend, Edmund Mortimer. Das Paar bekommt vier Kinder. Ihr ältester Sohn ist nach dem schwarzen Prinzen und dessen Sohn Richard eigentlich die Nummer 3 in der englischen Thronfolge. Der Ur-Urenkel des Königsmörders Roger Mortimer ist also gleichzeitig der Ur-Urenkel des von ihm, zumindest angeblich, ermordeten Edward II. Die Mortimers sind plötzlich an vorderster Front, wenn es um die englische Krone geht. Das ist der Hintergrund dafür, dass John of Gaunt den Mortimers und ihren Vassallen misstraut. Und nun fordert mit Peter de la Mar, plötzlich ausgerechnet ein Ritter der Mortimers, seine Autorität heraus. Der stolze Duke ist wütend, muss aber die parlamentarischen Regeln zunächst akzeptieren. Peter de la Mar nimmt sich als Sprecher der Commons kein Blatt vor den Mund. Er beschuldigt die engsten Berater des Königs, Verbrechen gegen die Krone zu verüben. Dem Kammerherrn des Königs, seinem Haushofmeister und dem Aufseher der Münzanstalt wird die Veruntreuung von Geldern der Krone vorgeworfen. Alice Perres bleibt auch nicht verschont. Sie soll die schockierende Summe von fast 3000 Pfund gestohlen haben. Peter de la Mar erklärt, Zitat Die größten Anschuldigungen werden gegen Lord William Latimer und den Londoner Kaufmann Richard Lyons erhoben. Sie werden beschuldigt, Wollhändlern gegen eine Gebühr ermöglicht zu haben, den vorgeschriebenen Exporthafen Calais zu umgehen. Sie werden auch beschuldigt, sich an zwischen der Krone und der Staatskasse vereinbarten Darlehen zu beteiligen. Außerdem hätten sie sich mit den Franzosen verschwört, was zu Gebietsverlusten geführt habe. Diese Anschuldigung sorgt für viel Aufruhr im Parlament. Ein Ritter, dessen französische Ländereien verloren gegangen sind, erhebt Anklage gegen Lord Latimer. Es ist das erste Mal, dass die Commons rechtliche Schritte gegen die Lords einleiten. Anfänglich versucht John of Gaunt noch, mit den Commons zusammenzuarbeiten und auf ihre Forderungen und Beschwerden einzugehen. Er stimmt der Inhaftierung von Richard Lyons zu. Lord Latimer werden Ländereien und Titel entzogen. Es gelingt Gaunt auch, seinen Vater davon zu überzeugen, dass Alice Peres vom Hof verbannt werden muss. Gerne tut er das nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass John of Gaunt für Alice Peres Verständnis hat oder Mitleid für sie empfindet. Was ihn ärgert ist aber die Einmischung in die Intimsphäre seines Vaters. Für den Duke of Lancaster sind die Forderungen der Commons ein Angriff auf die Autorität der Krone. Während John of Gaunt sich mit seiner stolzen Haltung zunehmend unbeliebt macht, genießt der Schwarze Prinz weiterhin die Bewunderung und Liebe des Volkes. Der schwerkranke Edward of Woodstock beteiligt sich kaum an dem Parlament, setzt sich aber persönlich dafür ein, dass Alice Peres von der Seite des Königs entfernt wird. Alice Peres beschäftigt einen eigenen Arzt. Als das bekannt wird, wird sie verdächtigt, die Liebe des Königs durch Magie errungen zu haben. John of Gaunt schickt zwei Ritter zu dem Anwesen von Alice Peres, auf dem sich der arme Mann aufhält. Der Arzt wird verhaftet und, da er ein Kleriker ist, dem Erzbischof von Canterbury übergeben. Dort wird ihm vorgeworfen, er habe Wachsfiguren des Königs und von Alice angefertigt. Außerdem habe er Säfte aus magischen Kräutern und Beschwörungsformeln verwendet, damit Alice vom König bekäme, was sie wolle. Der Beschuldigte entgeht nur knapp der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Am 8. Juni 1376, mitten in den parlamentarischen Beratungen, trifft eine niederschmetternde Nachricht ein. Der Schwarze Prinz ist im Palast von Westminster verstorben. Die genaue Todesursache ist unklar. Thomas Wolsingham beschreibt einen blutigen Durchfluss, der den Prinzen schwächt und oft das Bewusstsein verlieren lässt. Edward of Woodstock stirbt nach langer Krankheit eine Woche vor seinem 46. Geburtstag. Seit seiner Geburt war der Schwarze Prinz der Thronfolger seines Vaters und ganz England hat erwartet, dass er eines Tages König von England sein würde. Nun ist der legendäre Prinz tot und er hinterlässt nur einen einzigen legitimen Sohn, den neunjährigen Richard von Bordeaux. In seinem langen und ausführlichen Testament ernennt Prinz Edward unseren liebsten und geliebten Bruder von Kastilien, den Duke of Lancaster, zu einem der Vollstrecker seines letzten Willens. In einer eilig verfassten Urkunde legt Edward III. die neue Thronfolge wie folgt fest. 1. Richard von Bordeaux, Sohn seines ältesten Sohnes 2. sein dritter Sohn John of Gaunt und die männlichen Erben seines Körpers 3. sein vierter Sohn Edmund of Langley und dessen männliche Nachkommen 4. sein fünfter Sohn Thomas of Woodstock und dessen männliche Nachkommen Ist euch etwas aufgefallen? Philippa of Clarence, die Tochter des verstorbenen zweiten Sohnes des Königs, Lionel of Antwerp und ihre Nachkommen, werden nicht erwähnt. Es ist möglich, dass John of Gaunt Druck auf seinen Vater ausübt, seine Nichte Philippa auszuschließen, um sich selbst als ältesten überlebenden männlichen Erben des Königs zu begünstigen. Sollte dies der Fall sein, so wäre es, gelinde gesagt, etwas heuchlerisch. Gaunt erhebt ja selbst im Namen seiner Frau Constanza Anspruch auf die Königreiche Kastilien und Leon. Die Thronfolge ist nicht unumstritten. Der Anspruch von Philippa und damit auch der der Mortemars lebt weiter. Selbst John of Gaunts Enkelsohn wird sich noch damit befassen müssen. Das ist, sollte ich jemals soweit kommen, ein Thema für eine andere Folge. Der König zieht sich nach dem Tod des schwarzen Prinzen sofort auf sein Landhaus in Havering zurück. John of Gaunt, obwohl selbst schwer erschüttert, muss das Parlament fortführen. Seine Disziplin wird ihm schlecht ausgelegt. Es mehren sich die Gerüchte, dass der Duke of Lancaster selbst nach der Krone strebt. Nur wenige Wochen nach dem Tod des Thronfolgers wird sein Sohn und Erbe Richard vor das Parlament gebracht. Die Commons haben beantragt, dem Neunjährigen so rasch wie möglich den Titel Prince of Wales zu verleihen. Das ist ein klarer Angriff auf John of Gaunt. Das Misstrauen ist unbegründet. Gaunt ist seinem Bruder, seiner Familie und der Krone gegenüber immer bedingungslos loyal. Er denkt nicht daran, seine Ehre aufs Spiel zu setzen und seinen Neffen auszuboten. Das gute Parlament geht zu Ende und die Commons veranstalten ein großes Fest. Sie wollen ihre Erfolge und die Absetzung der korrupten Hofbeamten ausgiebig feiern. König Edward schickt zwei Fässer Wein und acht Hirsche und die Lords stellen weiteren Wein zur Verfügung. Auch die Brüder von John of Gaunt, Edmund und Thomas, nehmen an den Feierlichkeiten teil. Außerdem die Earls of March, Warwick, Suffolk und Salisbury. Auffallend abwesend ist der Duke of Lancaster. Er arbeitet bereits an seiner Vergeltung. Helen Carr schreibt, Zitat, John of Gaunt hatte gerade seinen Bruder verloren, während er das politisch brisanteste Parlament in der Regierungszeit von Edward III. leitete. Es ist wahrscheinlich, dass er unter emotionaler Erschöpfung, Frustration und großem Kummer litt. Die Untertanen gingen auseinander, in der Gewissheit, dass ihre Forderungen erfüllt worden waren und eine bessere Zukunft für die verbleibenden Jahre der Herrschaft von Edward III. bevorstand. In den folgenden zwei Monaten entwickelte John of Gaunt jedoch eine erbitterte Feindseligkeit gegenüber den Beschlüssen des guten Parlaments und begann, alles, was dieses erreicht hatte, wieder rückgängig zu machen. Im November verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Königs, der möglicherweise einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Zum Entsetzen der Commons wurde Alice Paris wieder an sein Bett gebracht. John of Gaunt hatte ihre Verbannung widerrufen. Alice kehrte zum König zurück und der Sprecher des Unterhauses, Peter de la Mar, Manche Dinge können auch die größten Fans von John of Gaunt nur schwer rechtfertigen. Eines davon ist die blindwütige Rache, die der Duke of Lancaster nun nimmt. Gaunt lässt den Sprecher der Commons, Peter de la Mar, völlig grundlos verhaften und ohne Prozess einsperren. Sein Herr, Edmund Mortimer, der Earl of March, kann ihm auch nicht helfen. Er wird als Marschall von England abgesetzt. Das englische Parlament wird manchmal jahrelang nicht einberufen. Wenn der König gerade kein Geld braucht, hat er auch wenig Interesse daran, sich der Kritik seiner Magnaten zu stellen. Nun aber findet John of Gaunt, dass es einiges zu korrigieren gibt. Bereits Anfang 1377 lädt er wieder zu einem Parlament. Es ist die reaktionäre Antwort auf die Beschlüsse des Vorjahres und es erhält ebenfalls einen Beinamen. Das schlechte Parlament Diesmal sorgt John of Gaunt dafür, dass seine Unterstützer die Oberhand haben. Sprecher der Commons wird diesmal einer seiner eigenen Verwalter. Thomas Walsingham schreibt, Zitat Von allen Mitgliedern religiöser Orden beider Geschlechter und von jedem begünstigten Kirchenmann konnte er zwölf Pennies einheben, mit Ausnahme der Brüder der Vierbettelorden. Die Dominikaner, Franziskaner, Augustiner und Carmeliter Mönche wurden von dieser Steuer nicht gegeißelt, weil sie keiner Arbeit nachgehen. In diesem Parlament wurden die Beschlüsse des vorherigen Parlaments, das zu Recht das Gute genannt wurde, aufgehoben. Auf Wunsch des Königs wurden einige Männer in ihre früheren Positionen zurückversetzt. Zitat Ende Rund ein Jahr nach dem guten Parlament wird im nächsten, dem sogenannten schlechten Parlament, fast alles Erreichte rückgängig gemacht. Gaunt hat erkannt, dass er der Einzige ist, der die Autorität der Monarchie wieder stärken kann. Wie sein Verhalten in der Öffentlichkeit ankommt, kümmert ihn nach wie vor wenig. John of Gaunts Ansehen leidet gewaltig. Besonders in London ist er bald regelrecht verhasst. Ein weiterer Vorfall bringt das Fass zum Überlaufen. In Oxford gibt es einen radikalen Theologen namens John Wycliffe. Wycliffs reformistische Predigten stoßen in ganz England auf wachsendes Interesse. Wycliffe greift den Reichtum der Kirche an. Er widerspricht der Lehre, dass sich Brot und Wein während der Messe tatsächlich in den Leib und das Blut Christi verwandeln. Außerdem befürwortet er den schockierenden Plan, die Bibel ins Englische zu übersetzen. Wo kommen wir denn dahin, wenn Hinz und Kunst das Wort Gottes verstehen und sich ihre eigene Meinung bilden können? Der konservative Klerus schlägt drei Kreuze und hofft, dass der Kelch an ihm vorüber geht. Das Gegenteil tritt ein. Wycliffs Anhänger, die Lolladen, werden immer zahlreicher. Bei jeder Gelegenheit verbreiten sie ihre Lehren. William Courtenay, der Bischof von London, entschließt sich dazu, John Wycliffe wegen Ketzerei anzuklagen. Vor der St. Paul's Cathedral versammelt sich eine große Menschenmenge, um dem Spektakel beizuwohnen. Bischof Courtenay verfolgt mit der Aktion zwei Ziele. Er will an Wycliffe und den Lolladen ein Exempel statuieren. Und er will John of Gaunt angreifen. John of Gaunt hat nämlich den Ruf, die Lehren der Lolladen gut zu heißen. Helen K. schreibt, Zitat Es ist unklar, was genau Gaunts Beweggründe für seine offene Unterstützung von Wycliffe waren. Er hatte stets eine konventionelle Frömmigkeit an den Tag gelegt. Wohltätigkeit für die Armen, Finanzierung von Schulen und Hospitälern und Schenkungen von Land sowie verschiedenen teuren und dekorativen Einrichtungsgegenständen an religiöse Häuser. Er unterstützte traditionell die Karmeliter, einen Orden, der sorgfältige Kontemplation und einfache Frömmigkeit bevorzugte. Die Karmeliter stellten alle seine Beichtväter. John of Gaunt war kein religiöser Reformer, aber er sympathisierte mit dem einfachen Klerus und machte verschiedenen bedürftigen Kirchen Schenkungen. In den 1370er Jahren entwickelte er jedoch einen Ruf als Antikleriker. Dies hatte vor allem politische Gründe. Gaunt missfielen der Reichtum, die Macht und der Einfluss, den der Klerus auf die Krone und die Regierung ausübte. Durch sein Mäzenatentum für Wycliffe versuchte er wahrscheinlich, diese Macht zu beschneiden. Zitat Ende Wycliffs Lehre ist letztlich zu radikal für John of Gaunt. Im Februar 1377 ist er aber noch dazu bereit, sich für ihn einzusetzen und Bischof Courtenay herauszufordern. Gaunt beruft vier Doktoren der Theologie ein, um Wycliffe gegen die Anklage zu verteidigen. Sein Vertrauter Henry Percy wird eingesetzt, um das Verfahren zu überwachen und die Ordnung unter den Zuschauern aufrechtzuerhalten. Henry Percy fordert John Wycliffe auf, sich zu setzen, denn es gab viele Fragen zu beantworten und er würde einen weichen Sitz brauchen. Der Bischof von London erhebt empört Einspruch. Er fordert den Priester auf, stehen zu bleiben. Der Streit eskaliert und John of Gaunt stürmt mit einigen seiner Ritter in die Marienkapelle von St. Pauls. Vor der schockierten Versammlung der Geistlichen droht er Bischof Courtenay an den Haaren nach draußen zu zerren. Die Nachricht von dem Skandal verbreitet sich wie ein Lauffeuer, aber der stolze Duke ist unbeeindruckt. Er verspeist mit Henry Percy gemütlich einige frische Austern, als er die Nachricht erhält, dass wütende Bürger ihn in diesem Moment suchen, um ihn zu töten. John of Gaunt muss zusehen, dass er verschwindet. Skurrilerweise ist sogar überliefert, dass er sich bei seinem eiligen Aufbruch das Schienbein heftig am Tisch stößt. Gaunt und Percy flüchten in einem Boot die Themse hinunter und suchen Zuflucht bei Prinzessin Joan. Der wütende Mob belagert unterdessen Gaunts Londoner Palast, das Savoy. Als Zeichen seines Verrates holt die empörte Menge sein Wappen vom Tor und hängt es verkehrt herum wieder auf. In der Stadt kursieren viele Gerüchte. John of Gaunt lebe in Sünde mit seiner Mätresse Catherine Swinford. Okay, das ist irgendwie die Wahrheit, aber kaum sehr außergewöhnlich. Es ist nicht alles. Der Duke of Lancaster habe die Schwester seiner ersten Frau Blanche vergiftet, um an ihr Erbe zu kommen. Er plane nun dasselbe mit seinem Neffen Richard. Gaunt sei auch gar nicht der leibliche Sohn Edwards III., sondern der Spross eines flämischen Metzgers. Er sei in Gent gegen ein totgeborenes Mädchen ausgetauscht worden. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, versucht Bischof Courtenay, den wütenden Mob zu beruhigen. John of Gaunt rast vor Wut über die Londoner, die sein Eigentum, seine Männer und seine Ehre angreifen. Prinzessin Joan gelingt es schließlich, ihren Schwager zu beruhigen, aber der Schaden ist angerichtet. Das gute Parlament ist der Auslöser für jahrelange Spannungen und Feindseligkeiten zwischen John of Gaunt auf der einen Seite sowie dem Unterhaus und der Londoner Bevölkerung auf der anderen Seite. John of Gaunt ist grundsätzlich dazu bereit, sich an die Spielregeln zu halten. Er kann und will jedoch nicht zulassen, dass sich jemand so weit über seinen Stand erhebt, dass er dem König seinen Willen aufzwingt. Er fordert, dass an den rebellischen Londoner Bürgern ein Exempel statuiert wird. Erst nach langen Verhandlungen kann eine Einigung erzielt werden. Der Londoner Bürgermeister tritt zurück und in Cheapside wird auf einer Säule ein Schild mit dem Wappen der Lancasters aufgestellt. Eine Delegation von Parlamentariern besucht den König und erbittet seine Vergebung. Zwei Tage später wird das Parlament beendet. John of Gaunt hat sich durchgesetzt, aber sein Ansehen ist nachhaltig zerstört. Für ihn und seine Familie wird das noch schlimme Konsequenzen haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF,